Ihr seid schwanger, doch plötzlich ist da so ein komisches Ziehen im Bauch? Kann das eine Fehlgeburt sein? Welche Warnzeichen gibt es? Hier erfährst du über Anzeichen, die auf eine Fehlgeburt hindeuten. Stirbt der Embryo vor der 24. Schwangerschaftswoche, spricht man von einer Fehlgeburt. In den ersten Wochen kommt es häufiger, meist unbemerkt, zu Fehlgeburten. Ist das erste Trimester vorbei, sinkt das Risiko jedoch deutlich. Nicht jedes Bauchziepen ist Grund zur Sorge. Die folgenden Anzeichen können jedoch ein Hinweis darauf sein, dass etwas nicht stimmt. Bleibt ruhig und sucht bei diesen Symptomen umgehend einen Arzt auf. 1. Blutungen, auch wenn sie nur schwach sind. 2. Starke krampfartige Schmerzen im Unterbauch. 3. Starkes Ziehen im Unterbauch. 4. Starkes Ziehen im unteren Rücken. 5. Fieber und eitriger Ausfluss. 6. Bei fortgeschrittener Schwangerschaft kann Fruchtwasser austreten. Es gibt verschiedene Faktoren, die zu einer Fehlgeburt führen können. Ein Großteil der Fehlgeburten ist auf eine genetische Ursache zurückzuführen. Ihr tragt keine Schuld. 2. Registrar, die见. 4. Fernger, die berühmogen wird!